Meine Lieben, Willkommen zurück auf meinem Kanal und somit wieder auch zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal ein paar sommerliche Trigger mitgebracht, die einfach meine Must-Have sind, gerade in der Sommerzeit. Ich habe mir ein paar rausgesucht, es sind nicht alle, die ich verwende. Also ich verwende zwar schon alles das, was ich euch jetzt zeige, aber ich habe natürlich da noch viel mehr, was ich im Sommer sozusagen verwende. Aber ich habe mir jetzt gerade nur die besten Sachen rausgesucht mit den besten Sounds und starten wir auch gleich mit dem ersten. Was bei mir im Sommer nie fehlen darf, ist eine Sonnenbrille. Die habe ich mir vor kurzem auch erst gekauft, weil ich meine andere Sonnenbrille nicht mehr finde. Und ich bin sehr, sehr traurig, weil die war für mich wirklich immer am Start. Also jeden Sommer habe ich die Sonnenbrille, aber ich habe sie irgendwie verlegt. Ich finde sie nicht mehr. Ich hoffe nicht, dass ich sie verloren habe, sondern dass ich sie irgendwo verschlampft habe. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, eine Sonnenbrille darf bei mir im Sommer nie fehlen. Ich mag eher auch so größere Sonnenbrillen. Es hat auch ein paar Steinchen an der Seite. Ich fand die einfach sehr, sehr schön, weil die so recht ähnlich aussieht, wie die ich schon davor habe. Nur die andere war in schwarz und das ist in so einer Art, wie sagt man, ja, braun, rötliches Töne, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, Sandglas ist hier, Sonnenbrille machen, coole Sounds. Und dann komm schon wieder zu? Ich weiß es nicht. Und dann, wenn ich jetzt alles kind of schwarz-rötige,stöne, studeigate,stöne,stöne und schwarz-rötige Stöne. Und dann, wenn ich jetzt noch einmal von acht zu tun da, ich habe auch schon von den Stöne. Und dann, wo ich mich nicht mehr im Sommer haben kann da, sind das Thema, wie ich es nicht mehr��ke,stöne,stöne und schwarz-rötige Stöne. Und dann, wo ich meine Stöne ja schon mit mir auch bin. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was sind denn eure sommerliche Must-Haves? Was darf bei euch nie fehlen? Jetzt ist es total hell. Wisst ihr was, ich lasse sie einfach auf, dann darf bei mir auf jeden Fall im Sommer nie fehlen, wobei dieses Produkt, das darf bei mir im gesamten Jahr nie fehlen, aber gerade in der Sommerzeit, da schwitzt man halt mehr. Wobei ich leide nicht so unter Schweiß, sage ich mal, dass ich so viel schwitze, aber ich mag einfach so frische Gefühle über das gesamte Jahr, aber was bei mir einfach nie fehlen darf, gerade vor allem im Sommer, ist natürlich ein Ideo. Ich habe jetzt einfach irgendeines genommen, das habe ich jetzt noch gar nicht getestet, habe ich mir auch erst vor kurzem geholt. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, das ist von Balea. Balea Med, pH 5,5, heute neutral, ohne Aluminium, für empfindliche Haut. Aber ich habe gehört, die Balea Med-Reihe soll anscheinend sehr gut sein. Anhaltende, frische, ohne Mikroplastik. Also ich hatte schon einige Balea-Deos, aber die fand ich jetzt nicht so gut. Klar, vom Duft her fand ich sie gut, aber die haben nicht wirklich lange gehalten. Ja, da gibt es frische Gefühle. Ja, da gibt es frische Gefühle. Das ist ein neutraler Duft. Das soll ja auch anscheinend auch so sein bei den pH-Produkten von Balea Med. Das soll ja auch anscheinend sein. Mögt ihr lieber Sprüh-Deos? Also roll-on-Deos. Und jetzt. Aber von Weitem riecht es eigentlich gar nicht mal so schlecht als vom Naan. Ja, das ist komisch, von Weitem riecht es eigentlich an Genie. Kommen wir zum nächsten, was bei mir auch nie fehlen darf. Und das wäre eine Käppi. Ich habe auch einen Sonnenhut, aber ich finde den auch nicht. Den habe ich irgendwie beim Umzug verlegt. Fragt mich auch nicht wohin. Ja, aber da ich ja dunkelhaarig bin und es zieht die Sonne noch mehr an, gerade bei schwarzer Regen, so wie ich, bekomme ich sehr sehr schnell Kopfschmerzen, wenn ich in der Sonne liege und mich sonnen möchte. Okay, deswegen habe ich immer oft auch eine Käppi. Da habe ich einfach diese stinknormale Käppi. Nichts besonderes, aber ich fand sie schön schlicht weiß mit Blümchen. Ich glaube, ich setze mal auf, weil ich mache dann auch gute Saus. Das macht auch echt coole Sounds, finde ich. Also. Und das war jetzt. Also. Das war's. Ja, genau. So, jetzt setze ich einfach wieder mal meine Handbrille auf. Dann, was bei mir auch nicht fehlen darf, im Sommer sind Flipflops. Die habe ich euch schon, glaube ich, jetzt seid bei meinem Ding im Horn. Die sind auch eigentlich recht neu, habe ich schon aber dreimal getragen. Also, ich habe euch ja schon gesagt, so ein Funfact von mir, von früher. Meinen ersten Flipflops habe ich gerade mit elf getragen und das fand ich damals sehr unbequem. Da habe ich mir gedacht, hier kann man nur mit Flipflops laufen. Aber mit der Zeit habe ich mich gewöhnt und ich mag die. Ich mag Flipflops wirklich. Weil mit geschlossenen Schuhen, gerade im Sommer, wenn es so heiß ist, das geht bei mir gar nicht. Ich mag offene Schuhe dann lieber, gerade auch Flipflops. Und jetzt finde ich sie irgendwie bequem. Ja, das sind so Strandlatschen, aber es ist mir egal. Also, ich trage sie trotzdem nicht nur am Strand oder am See. Ich fand die Farben so cool. Sieht einfach sehr schön aus. Aber sie sind wirklich auch sehr bequem. Also, ich trage sie einfach aus. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Dann, was bei mir auch im Sommer nie fehlen darf, ist natürlich was zu trinken, gerade vor allem im Sommer noch mehr trinken als sonst sowieso hier schon, ja und ich finde einfach die Optik trinken mit, deswegen auch dieses hübsche, schöne Glas. Mit diesem Stroh, da drin ist einfach ganz normales Wasser drin. Als Würfel habe ich jetzt nicht reingemacht, hätte aber auch coole Sounds gemacht. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Und da steht drauf, all we need is love. Und da drauf sind und Flamencos und ist natürlich in rosa. Meine Lieblingsfrau. Aber ich koche mir auch so im Sommer gerne, mache ich selber gerne auch Eistee, indem ich einfach selber Tee koche und ein paar Eisbeutel reinlasse, den Tee kühlen. Und dann habe ich Eistee. Und dann habe ich Eistee. Ich stelle es im Kühlschrank und dann habe ich Eistee. Den von Lipton heißen. Oder von Lipton, wie die Marke heißen. Mache ich auch gerne. Aber heute trinke ich echt nur Wasser. gull, Scharrer, Tee kühlen. Und dann habe ich die Marke heißen. Vielen Dank. Dann, was bei mir auch nicht fehlen darf, ist Eis. Aber leider habe ich kein Eis, weil alles weg ist. Aber ich habe das hier entdeckt. Und zwar eine Eiswaffel. Darin kann man ja auch selber Eis reinladen. Achso, Eiskugeln. Sieht auch sehr süß aus. Ich habe mal noch ein anderes. Und es ist innenblau. Also wenn man mal Eis kauft, packen wir einfach ein paar Kugeln rein. Sieht dann auch irgendwie total niedlich aus. Wird ja lieber Eis am Stiel oder kugelartig. Schreibt es mir doch gerne. Ich mag beides. Und welche Eisorten mögt ihr gerne? Schreibt es mir doch gerne. Schreibt es mir doch gerne. Schreibt es mir doch gerne. Dann zu guter Letzt, was bei mir auch nicht fehlen darf, ist Wollungsöl. Natürlich auch Sonnencreme. Aber meine Sonnencreme ist leer. Ich muss mir eine neue kaufen. Also Leute, ganz, ganz arg wichtig, sag ich euch. Wenn euch sonnt, schützt euch vor der Sonne und cremt euch bitte ein. Weil so ein Wollungsöl hat keinen Schutzfaktor. Wirklich keinen Lichtschutzfaktor. Es bringt da nichts. Dieses hier habe ich euch mal in meinem Favoriten-Video gezeigt von Kokosnuss. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor diesem Video online kommt oder danach. Ich denke vielleicht eher danach. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall dieses Wollungsöl lebe ich. Das habe ich bestimmt schon 3-4 Mal schon nachgekauft. Es gibt es auch schon Jahre lang. Dieses Garnier-Wollungsöl mit Kokosnuss. Lebe ich am Bettischen. Es ist halt so ein bisschen ölig hier. Ich finde, die Haut fühlt sich dann richtig geschmeidig an. Und es macht wirklich auch keine Streifen. Aber dieses Öl soll halt schon für vorgebräunt sein. Also wenn ihr hellhäutig seid, sehr sehr hell. Dann weiß ich nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung. Müsst ihr einmal testen. Ich weiß es nicht. Ja, meine Lieben. Das war es jetzt auch von diesem Video. Von meinem sommerlichen Trigger. Ich hoffe, ihr hattet einige Dinge bekommen. Und ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit diesem Video. Über Feedback freue ich mich immer wieder gerne. Und das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und eine gute Nacht. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder in diesem Video. Also, dann wünsche ich euch das Beste, ihr Süßen. Und macht's gut. Bye.